Im letzten Video habe ich ein Szenario aufgeführt, das wohl jedem von uns bekannt vorkommen dürfte. Wir treffen uns mit einem Freund, doch wir können uns nicht auf das konzentrieren, was er uns sagt. Wir kennen diesen Freund bereits gut und haben uns dementsprechend an seine Reize gewöhnt, womit sie als weniger interessant erscheinen. Obwohl wir ihm zuhören wollen, schweifen unsere Gedanken andauernd ab. Noch viel schwerer fällt uns das Zuhören, wenn wir bereits im Voraus keine Lust auf ein bestimmtes Ereignis haben, beispielsweise einen langweiligen Vortrag, den wir über uns ergehen lassen müssen. Kaum fängt der Vortrag an, driften unsere Gedanken in alle möglichen Richtungen ab. Womöglich entgehen uns so wichtige Informationen. Es kann entscheidend sein, was wir unmittelbar vor dem eigentlichen Ereignis tun. Geben wir uns starken Reizen hin, indem wir beispielsweise auf der Autofahrt laut Musik hören, anstatt anderen, schwächeren Reizen zu lauschen, so ist es auch kein Wunder, dass wir im Anschluss beim Vortrag den vergleichsweise schwachen Reizen ebenso wenig Aufmerksamkeit schenken können. Wir sind nämlich auf die starken Reize eingestellt, alles andere wird ausgeblendet. Sinnvoller ist es, in der Zeit vor dem Vortrag den schwachen Reizen unsere Aufmerksamkeit zu widmen. Und genau das ist Tipp Nummer 1 für mehr Konzentration und Bewusstsein. Widme dich den schwachen Reizen. Unsere Sucht nach stimulierenden Reizen zeigt sich wirklich an jeder erdenklichen Stelle in unserem Leben. So auch beim Thema Essen. Wir essen gerne gut und viel, meist deutlich mehr als wir eigentlich bräuchten. Das Essen gibt uns eine gewisse Befriedigung und viele nutzen es zur Stressbewältigung. In Situationen der Anspannung verspüren wir den Drang nach Nervennahrung. Doch unsere Nahrungsaufnahme geschieht größtenteils unbewusst. Wenn wir essen, sind wir in aller Regel beiläufig mit anderen Dingen beschäftigt. Wir schauen fern, lesen eine Zeitung, checken die Nachrichten auf unserem Handy oder unterhalten uns nebenbei. Das Essen verkommt somit zu einer unbewussten Tätigkeit. Auch hier bietet es sich an, sich alleinig auf das Essen zu konzentrieren. Das Essen umfasst nicht nur den Geschmackssinn, sondern auch alle weiteren Sinne. Ich sehe das Essen vor mir liegen, ich höre, wie mein Geschirr den Teller berührt, ich spüre, wie meine Hand den Löffel hält und ihn zu meinem Mund führt, ich rieche das Essen und ich schmecke es. All das sind Dinge, die wir bewusst wahrnehmen können. Nicht nur um unseren Alltag zu entschleunigen, denn das Essen wird somit zu einer Art Meditation, sondern auch, um schneller satt zu werden. Natürlich ist die Sache mit dem Essen nur eines von unzähligen Beispielen. Auch andere Verrichtungen des Alltags können wir besser erleben, indem wir die Vorstellung, wir könnten mehrere Dinge auf einmal erledigen, fallen lassen. Vor einigen Jahren hat man häufig die Bezeichnung des Multitaskings gehört, also der gleichzeitigen Erledigung mehrerer Aufgaben. Inzwischen gilt es als erwiesen, dass die Idee dahinter ein Trugschluss ist, denn unser Geist kann sich immer nur auf eine Sache und nicht gleichzeitig auf mehrere konzentrieren. Was Multitasking tatsächlich ist, ist eine abwechslende Konzentration auf verschiedene Aufgaben und das Resultat dessen sieht meistens so aus, dass wir diese Dinge langsamer und mit schlechterem Ergebnis erledigen, als wenn wir alles nacheinander getan hätten. Daher lautet der zweite Tipp für mehr Konzentration und Gelassenheit, alles zu seiner Zeit. Zudem kann es sich als hilfreich erweisen, den Geist bei seinem typischen, sprunghaften Verhalten zu beobachten. Sich zu fragen, auf welchen unserer Sinne sich unser Geist aktuell konzentriert, kann schnell zu einer gesunden Gewohnheit werden. Was mache ich gerade? Nehme ich einen Geruch intensiv wahr? Denke ich vielleicht über eine Erinnerung nach, die ich mit diesem Geruch assoziiere? Spüre ich einen bestimmten Sinn oder bin ich wieder im Gedankenkarussell? Nach diesem kurzen Check können wir mit Leichtigkeit unserer Aufmerksamkeit wieder der Sache widmen, die unsere Aufmerksamkeit verdient. Wenn es der Freund ist, der immer noch redet, dann konzentrieren wir uns auf das Hören seiner Worte oder das Beobachten seiner Mimik und Gestik, denn häufig drücken diese viel mehr aus als die Worte. Tipp Nummer 3 lautet, beobachte deinen Geist und richte deine Konzentration neu aus. Sich eine bestimmte Zeit lang bewusst auf nur einen Sinn zu konzentrieren, trägt übrigens ebenso zu einer Beruhigung unseres Geistes bei. Unser Besitz kann uns blenden, uns träge machen und eine Instabilität in unser Leben bringen. Über dieses Thema habe ich in einem meiner letzten Videos bereits gesprochen. Doch weniger ist manchmal mehr, zumindest wenn es um unsere Lebensqualität geht. An dieser Stelle möchte ich nicht ausführlicher auf diesen Umstand eingehen. Falls Interesse besteht, könnt ihr euch das entsprechende Video gerne ansehen. Jetzt gerade wird es oben rechts eingeblendet. Stattdessen will ich jetzt auf eine andere Übung eingehen, die Keuke in seinem Buch aufführt. Dabei geht es um die Idee, die eigene Wohnung und den Arbeitsplatz so aufgeräumt wie möglich zu halten. Nehmen wir es mit der Ordnung nicht so genau, dann schaffen wir für uns an allen Ecken Möglichkeiten der Ablenkung. An einem unaufgeräumten Tisch zu arbeiten mit allen erdenklichen Reizen um uns herum ist deutlich schwerer, als die Aufgaben an einem aufgeräumten Tisch zu erledigen. Unser Smartphone aus unserem Blickfeld zu entfernen zählt auch dazu. Die Welt bietet uns genügend Situationen der Reizüberflutung. Wir sollten darauf Acht geben, uns zudem nicht noch eigene zu erschaffen. Daher Tipp Nummer 4. Reduziere die Möglichkeiten der Ablenkung. Und das sind die meiner Meinung nach sinnvollsten Lösungsansätze gegen die Unachtsamkeit aus dem Buch Die Kunst des Nichtdenkens. Selbstverständlich könnte man auch weitere offensichtliche Punkte wie die Meditation erwähnen, aber grundsätzlich sind die genannten Tipps nichts weiter als kleine Meditationsanleitungen, die zu einem bewussteren Erleben unseres Alltags beitragen. Indem wir unsere Sinne schärfen, lernen wir unsere Umwelt und auch uns selbst wieder besser kennen. Und das ist die ganze Zeit, die wir uns selbst wieder besser kennen.